Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Legacy auf der Duelist. Im letzten Part haben wir das Kapitel mit Joey und Mei abgeschlossen. Mei hat, also ich sag mal, das Duel war das schnellste bis jetzt. Und danach haben wir noch ein bisschen Karten geshoppt, aber noch kein Deck zusammengestellt. Und in diesem Part möchte ich mich um den Angriff aus der Tiefe kümmern. Los geht's! Die Wahrheit über die Kraft des Millennium-Passels startete Yu-Gi zu dämmern. Während seine Duelle durchdringte das Passel Yu-Gi mit der Kraft und der Seele eines antiken Geists. Obwohl dies ein wichtiges Thema war. Darüber nachzudenken gab es ein kleineres, aber nicht weniger wichtiges, womit es zuerst umgehen musste. Sonst verstehe ich es nicht, aber egal. Die ganzen Duelle macht mich hungrig! Hat einer von euch daran gedacht, etwas zu essen mitzubringen? Sorry, Joey. Was denken wir bloß, hier nicht mit Essen herzukommen? Wie sollen wir jemals durch den Rest des Wettbewerbs kommen, ohne etwas zu essen? Das ist eine gute Frage, Joey. Diese Duelle nehmen wirklich alles von dir. Und ich habe noch keine Burgerstände oder Restaurants gesehen, seitdem wir hier sind. Naja, es ist halt auch mitten in der Pampa. Was mich so erinnern konnte. Aber ihr könntet euch doch Fische fangen, oder? Ich rieche etwas Kochen. Da lang! Sie folgten dem Duft zum Strand, wo sie ein Lagerfeuer mit mehreren bratenden Fischen in der Ferne entdeckten. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch! Riecht gut! Und ich wette, es schmeckt sogar noch besser. Was macht dich glauben, dass diese Fische für dich zu essen sind? Okay. Hey, glaubt mir! Wir essen erst und stellen dann Fragen. Eure Mägen werden es mir danken. Joey rannte runter zum Lagerfeuer. Joey würde alles sagen, um seinen Bauch zu füllen. Einige Leute haben absolut keine Selbstkontrolle. Mann, Knut. Joey, hebt was für mich auf! Tristan rannte Joey nach. Es dauerte nicht lange, bis Jugi und Tia sich ihnen anschlossen. Joey packte einen der Fische aus dem Feuer. Oh Mann, das sieht super aus! Gerade als das Team begann, in den Fisch zu beißen, tauchte ein junger Mann aus dem Meer, mit einem Speer in der Hand auf. Viel Spaß, ihr Fischstäbe! Denn diese ist euer Letz... Dies ist denn... Denn dies ist eure letzte Mahlzeit! Ich wusste, das war eine schlechte Idee. Wie könnt ihr nur meine Fische stiehlen, ihr Diebe? Hey, beruhige dich, Junge. Es sind nur ein paar Fische. Ein paar Fische? Die nicht zu euch gehören. Und ein Fischersmann fangt zu stiehlen, ist Beweis genug, dass ihr keine Ehre habt. Warte eine Sekunde. Bist du nicht Mako Tsunami, der toppt Ozean-Duelland? Und wer könntest du sein? Ich bin Yugi Motu. Ich entschuldige mich für deine Fische. Was haben die Fische denn ausgefressen? Du bist Yugi Motu? Der einzige Duelland, der jemals Setu Kaiba besiegte? Was für eine feine Überraschung. Ich muss mich entschuldigen, ich war unhöflich. Wenn ihr vorne von Yugi Motu seid, bitte, kommt, setzt euch hin und esst euch voll. Das Team setzte sich ans Feuer und teilte sich gemeinsam das Essen mit Mako. Nach dem Festmahl bedankte sich das Team bei Mako und fingen an, loszulaufen, als Mako seine Speer auf dem Boden vor ihnen warf. Ich gab euch ein Festessen. Flercht erst du mich mit einem Duell? Er ist verrückt. Nein, aber ich bin ein Profifischer. Und du hast meinen Köder geschluckt. Oh, ups. Welchen Köder? Nun, den Fisch natürlich. Ich leg den aus und lockt euch drei direkt rein. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich Yugi Motu fange. Ich ließ vor einer kurzen Zeit einen anderen Durlanden reintaubeln, aber er war kein würdiger Gegner. Aber ein Duell gegen dich, Yugi. Wäre ein echter Test. Mako Tsunami, ich akzeptiere deine Herausforderung. Dass sich keiner wundert, warum er auf einmal groß wird. Also, wenn vor mir jetzt irgendwo stehen würde, so ein kleines Männchen und dann auf einmal voll riesig wird, das ist ja ein bisschen erschreckend. Aber okay. Okay, ich bin gespannt, was uns jetzt zu erwarten wird. Beim lieben Mako Tsunami, dass er ein Ozean-Deck hat, das läuft mir schon ein. Aber die Tatsache, dass ich gegen ihn noch nie gekämpft habe. So, Angriff auf den Mond. Einmal buchst du Spielzug, wenn die Kampffposition eines Monsters vom Dunkelfest ist. Weil hier ist die Übersetzung auch ziemlich interessant. Geändert wird, du kannst ein Zauberkarte fallen wählen. Weil das ist keine schlechte Karte. Aber ich glaube, ich werde erst mal unseren lieben Biberkrieger mal hinsetzen. Weil ich nicht weiß, was mich hier erwarten wird. Beim lieben Mako Tsunami. Schön, dass du mein Monster zerstört hast mit deinem verrückten Humor. Mache ich einfach mal so. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Ich habe einfach nur Angst, dass er irgendwie diese eine Wasserfelszauberkarte hat, die er 100%ig haben wird. Genau die meinte ich. Genau die meinte ich. Aber ich glaube, ich werde brennendes Land mal einsetzen. Und ja. Ich werde brennendes Land ansetzen. Das war's. Ich bin sehr, sehr gesprächig. Gehe ich eigentlich auch damage. Ja, ich sollte eigentlich auch damage kriegen. Ja. Okay. Ich hoffe, das schneidet mir nicht ins Fleisch hinein. Ja, geil, ne? Da gab... Da war ja was. Das würde jetzt wehtun. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber... Okay, jetzt rieche ich wieder damage. Dann rieche ich mal meinen Silberfang raus und... Andere Möglichkeit habe ich ja leider zur Zeit nicht. Muss ich das leider so machen. Aber die Karte wird immer jedes Mal zurückgelegt. Das ist ein bisschen nervig. Wenn's sonst nichts ist. Hi, dunkler Magier. Bitte, kann ich gerade nichts anfängen? Sind diese Dinger eigentlich für diese Pendelbeschwörung notwendig? Oder warum sind die da? Weil das Feld sieht ziemlich seltsam aus. Ich weiß, ich komm's ja früh drauf, aber egal. Mal schon eine Frage in den Raum, wo ich stelle. Was ist eigentlich euer... Schön, danke. Danke, Marco. Euer Lieblingscharakter aus... ...dem klassischen Juvio. Würde mich mal interessieren. Sei es... ...Charaktere, die noch gar nicht vorgekommen sind. Bis jetzt. Nein. Also ich glaube, dieses Duell werde ich nicht gewinnen. Das seh ich jetzt schon. Ich mach den Trick einfach nochmal. Ich weiß, dass das voll die blöde Idee ist, aber... Sonst kann ich ihm nicht ein Halt geboten, sag ich mal. Und das... Dass er nicht... Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie diese Karte fragen würden. So, ja, äh... Nö. Willst du den Fact, dass sie wieder auf... ...dem Deck zurückgelegt aktivieren oder nicht? Schauen wir mal. Also, sagen wir mal, das ist jetzt so... Neeee. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich dieses Duell gewinnen kann oder nicht. Wenn ich nicht mal irgendwas... ...intelligentes auf die Hand kriege. Oder so. Gut. Damit kann sich ja mal arbeiten lassen. Die lege ich wieder. Hatten wir diese Konstellation nicht schon einmal? So in der Art. Oh. 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 Give back. Okay. Machen wir das mal so. der hoffnung dass er nicht irgendwie stärker ist ich kann nichts machen Und wieder das dreckige Vieh. Ja, mach mal. Ich glaube, dieses Duell ist gelaufen! Wieso, Spiel? Wieso? Ja, weil ich einen Monster habe. Warum steht das überhaupt so früh, weil ich keinen Monster auf dem Feld habe? Ja. Ich glaube, das wird unser erstes Duell sein, das wir nicht gewinnen werden. Also ich gehe jetzt die uber-duber-Mega-Karte. Geil, ne? Hm. Nicht schlecht, das ist schlecht. Ich glaube, das Duell gegen Mako gewinnen wir nicht. Nein, nein. Außer es kommt irgend so ein Riesenwunder, dass... Gut. Gut. Dass... ... sein Monster absäuft. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich kriege Raigeki. Gib mir Raigeki. Das ist nicht Raigeki. Aber okay. ... ... ... ... ... ... Das könnte klappen. Geh doch sterben, Mann. Achso. Okay, kein Kampf schaden. Okay. Ist mir egal. So lange ist das Monster weg, ist es mir egal. Alter. Ich hätte gerne Rageki oder so. Da traue ich mich nicht. Von der Karte traue ich mich nicht. Ich würde lieber ein zweites Monster auf dem Feld haben. Aber ich weiß schon, wie ich das hinkriege. Also ich hätte jetzt eine Idee. Aber Fusion hebe ich mir erst mal noch auf. Genau aus dem Grund. Man weiß, dass ein Monster stirbt, damit ich noch eins auf dem Feld liege. Damit ich ihm schwören kann. Schlimmste Fall. Nochmal. Im aller, aller schlimmsten Fall. Das Gute ist, wir verlieren dadurch keine Karten. Grundsätzlich. Sondern zerstöre ich dich. Einmal einfach das Abwechseln. Und dieses komische Kärtchen da werde ich jetzt nicht irgendwie holen. Weil ich das doch ein bisschen doof finde. Das jetzt. Nochmal zu aktivieren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber mir fällt irgendwie so auf, dass wir viel zu viele Monster haben, die hochstufig sind. So, jetzt ist meine Frage. Ach, diese Karte ist so schwierig. Oft erhältst du keinen Kammschaden von angreifenden Monstern. Also sprich, heißt das, wenn ich jetzt mit meinem Monster angreifen würde, dass er keinen Schaden kriegt, oder? Wenn ja, ich gehe mir hier wieder auf Karten-Tod. Ja. Wir spielen hier wieder auf Karten-Tod, oder ich kriege irgendeine Zauberkarte. Lüchtige Raumtreffung, sehr nice. Er macht ne Ritualbeschwörung, okay. Au. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, verdammt du Schöne. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, verdammt. Ich habe darauf nicht geachtet. Ah, verdammt. Verdammt. Dann noch einmal. Oh, wie überspringt das Ganze? Ah, verdammt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir hätten das gewinnen können. Verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Wir hätten das blöde Duel gewinnen können. Ah. Mann, ich bin blöd. Oh Mann, wie hättest du das jetzt gewinnen können? Mann, verdammt. Das ist so richtig... Hatten wir die Karten nicht schon alle mal. Das ist... Oh, ich will nicht aufgehen. Das ist richtig ärgerlich. Aber so richtig. Verdammt. Das ärgert mich jetzt. Jetzt macht es jetzt schon in Festung... Jetzt kann ich das gleich vergessen. Ich kann es gleich vergessen. Ich kann es gleich vergessen. Ich kann das Duel jetzt schon vergessen. Ich kriege das in Drachen nie weg. In den Drachen vorne. Ich kann das Duel gleich aufgeben. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das ist aussichtslos. Ich krieg dann nie irgendwas dahin. Ich kann nur auf Dev spielen. Bis ich vielleicht eventuell Monster... ... und so wieder Gebot bekomme. Damit ich ein stärkeres Monster beschweren kann. Aber ich grabe, das wird nicht funktionieren. Fertig dahin hat er mich hundertprozentig da. So grabe ich mit dem zweiten Monster nicht da. So blöd. Jung. Ich bin zwar der Meinung, dass das hier irgendwie nicht mehr funktionieren wird. Aber egal. Nee, das funktioniert hundertprozentig nicht. Nee. 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 Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Jetzt absolut gar nicht nö. Nee. Kann ich vergessen. Das tue ich ging schnell. Echt? Ja. Komm, übertreib. Komm, bitte übertreib noch mehr. Nö, nö. Nee, wenn ich jetzt nicht irgendwas kriege. Jetzt spiel, willst du mich verarschen. Willst du mich verarschen? Ich denke schon. Wieso konntest du mich trotzdem angreifen? Also hier bleibt die Zauberkarten unberührt. Okay. Plast. Plast. Ja. Okay. Finde ich nice. Geht mir nicht, Geld flüten nie. Na gut. Ich würde sagen, das war es mit diesem schönen, verpatzten Paar. Aber das ärgert mich immer noch so. Boah. Ich hätte ihn besiegen können. Hundertprozentig. Ach. Das war richtig. Na gut. Ich würde euch sagen, im nächsten Part. Hoffentlich schaffen wir dann den lieben Tsunami. Weil diese haben uns ziemlich umgebracht. Zweimal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.